Es ist jemanden, den ich dich zu treffen würde. Es ist dein Vater. Sir Michael, dieser Junge, ist dein letzter Relativ. Manchmal passieren Dinge für eine Grunde. Und manchmal sind diese Dinge Menschen. Vertreter dieser primitiven Stämme sind zu Gast für die Völkerschau des Kaisers hier bei uns in Berlin. Hier kommt ein eigenes Exemplar zur Erforschung. Keine Angst, das tut nicht weh. Innerhalb der deutschen Grenzen wird jeder Herero mit und ohne Gewehr erschossen. Hey, Gewe! Hey, Gewe! Hey, Gewe! Hey, Gewe! Ich habe jetzt eine Veränderung. Ich habe jetzt eine Veränderung. Ich habe jetzt eine Veränderung. Die 18-jährige Semenya ist jetzt ein Veränderung. Wir haben jetzt eine Veränderung. Wir haben jetzt eine Veränderung. Wir haben jetzt eine Veränderung. Wir sind alle Frauen. Wir sind einfach anders von uns. Die Regulatungen, die wir introduzieren, sind da, um die Sanctität, der fair und öffentliche competition ist. Und das ist wirklich was wir hier, um zu defend. Von der Menschenrechte Perspektive, das ist, insofern, zu sagen, wer ist Mensch und wer ist nicht Mensch. Und das ist, insofern. Ich bin wirklich ein Veränderung. Das ist, insofern. Das ist, insofern. Das ist, insofern. Das ist, insofern.